schöne lange wimpern bekommen in zwei monaten wie es bei mir passiert ist und ich zeige dir jetzt wie es geht ich erzähle dir alles über das wimpern serum wie ich es gemacht habe ich es angewendet habe habe das ein bisschen mit geflockt und zum schluss zeige ich dir noch meine mascara und das endergebnis hallo ich bin die sophie willkommen bei so halt es freut mich riesig dass du eingeschaltet hast hier auf meinem kanal gibt es allerlei kosmetik und beauty videos außerdem auch lifestyle alles was mich gerade bewegt ich finde lange und gepflegt aussehende wimpern sehr wichtig finde einfach sieht weiblicher aus es sieht schöner aus und ja wie soll ich sagen frischer und femininer einfach der ganze augenaufschlag ist offener wenn man lange wimpern und ich hatte längere zeit kein serum mehr verwendet 2018 hatte ich das letzte mal eins revitalisch war das hatte auch gute ergebnisse aber war viel teurer und die inhaltsstoffe sind außerdem ziemlich schlecht dann habe ich damit aufgehört habe darüber nachgedacht und man will sich ja auch nicht so etwas schlechtes gesundheitsschädliches antun was man sich dann wirklich auf die augen aufträgt denn das augenlicht und die augen sind dann doch schon irgendwie ein bisschen wertvoller als lange wimpern dann hatte ich lange keins und das hat man auch gesehen die wimpern sind kürzer geworden sie sind schneller ausgefallen und auch abgebrochen hatte ich wieder lücken drin und das war sehr hässlich hab dann recherchiert was für einen wimpern serum es gibt das wirklich tolle erfolge hat und gute inhaltsstoffe wirklich pflegende wo ich keine angst haben muss dass ich mir damit irgendwie die augen kaputt mache und wenn es dann so brennt und so weiter also ihr kennt das wahrscheinlich und dann bin ich auf das hier gestoßen und ich bin so unglaublich froh das ist von dr massing ein deutsches unternehmen das wirklich bei allen ihren produkten sehr auf die inhaltsstoffe und ich habe das selber recherchiert die sind nicht auf mich zugekommen oder so sondern ich auf sie dieses serum hat natürlich auch seinen preis aber man muss auch dazu sagen ich hatte auch schon mal ein 20 euro oder zehn euro serum aus der drogerie das nützt einfach nichts wenn du online irgendwas bestellt das vielleicht was nützt dann ist allerlei schadstoff damit drinnen was du gar nicht wissen willst was du da auf deine augen klatscht deswegen muss man da auch schon ein bisschen seinen preis einfach dafür zahlen wenn man was gutes und gewissenhaft gutes haben will ich habe das ganze jetzt acht wochen angewendet ich denke da wird noch ein bisschen was gehen wenn ich jetzt noch länger warte aber ich will euch einfach jetzt auch mal darüber berichten dieses serum verspricht erste ergebnisse nach vier wochen und die habe ich auch gesehen so langsam sind die wimpern länger geworden und sind gewachsen und auch buschiger sind sie also es ist echt ein tolles ergebnis dr massing ist ein deutscher biologe der die firma gegründet hat um wirkstoff kosmetik herzustellen die gut ist und in diesem serum sind sechs aktive wachstums wirkstoffe drinnen außerdem noch biotin was die haarwurzel stärkt und kräftigt und hyaluronsäure auch noch sie schreiben auch auf ihrer webseite dass es komplett super hautverträglichkeit hat und ich habe gerade noch mal gelesen sie schreiben auch dass man erste folge schon nach zwei wochen sieht nach zwei wochen habe ich dann noch nichts gesehen aber es kann auch sein dass es bei manchen schneller geht die hautverträglichkeit kann ich super bestätigen ich habe überhaupt kein brennen kein jucken verspürt es ist auch nicht rot geworden wie bei anderen serien da habe ich teilweise dann hier so einen richtig roten streifen oben gehabt und es hat höllisch gebrannt bei dem hier spürt man gar nichts überhaupt nichts ich habe es jeden tag abends angewendet wie einfach ein lied strich dünn auftragen und zwar sehr dünn das haben sie noch da haben eine anleitung dabei da stand es noch mal drauf man kann wirklich dieses bürstchen hier ein paar mal abstreifen man braucht nur so wenig um den erfolg zu haben das heißt das ganze hält auch mega lang sage ich dir mal meine vlogs von zwischendurch meinen wachstums erfolg von den wimpern und dann sehen wir uns gleich wieder viel spaß kurzes update heute war der moment wo ich echt gemerkt habe das wimpern serum das wirkt weil mein mann der floh hat mich angesprochen und hat mich gefragt was ich mit meinen wimpern gemacht habe weil die ja schon fast bis zu den augenbrauen gewachsen sind hat er gesagt und dass ich habe nichts davon erzählt und dass er das von alleine merkt das ist schon echt krass und das zeige ich dir jetzt mal wie lange sie jetzt schon geworden sind ich finde echt das ist ein großer großer fortschritt und so sehen die wimpern jetzt heute aus ich zeige sie dir jetzt mal vom nahen ich hoffe man kann es gut sehen und ich bin super zufrieden wie gesagt ich denke es könnte auch noch mehr gehen dass sie noch länger werden ich werde es einfach mal weitermachen mit dem serum und kann euch ja dann einfach in den shorts noch mal zeigen wie es nach weiteren vier wochen aussieht die wimperntusche die ich heute verwende ist eine die ich seit ewigkeiten nicht verwendet habe weil sie so die wimpern so ganz dünn trennt das hast jetzt vielleicht auch gesehen ich finde es sieht aber sehr natürlich aus und dadurch dass sie jetzt so lang sind finde ich es richtig schön weil wenn ich jetzt so eine volumen mascara auftragen dann ist es wirklich ein heftiges ergebnis das zeige ich dir auch gleich kann ich ja drüber tuschen und die mascara ist von von la roche posse die ich jetzt drauf habe und zwar die tolleriane mascara multidimensions und jetzt gerade liebe ich sie also mit meinen kürzeren wimpern hat man gar nichts gesehen als zweites nämlich jetzt diese mascara von art deco und schichte die einfach oben drüber die hat ebenso ein supreme look also die macht die wimpern wirklich voller und voluminöser und dunkler und die von la roche posse fixiert die wimpern so ziemlich krass also sie klebt sie sehr stark in ihre form macht aber nichts ich kann trotzdem mit der art deco mascara gut drüber gehen und du siehst das ergebnis jetzt hier das kann sich echt sehen lassen man sieht jetzt natürlich logischerweise noch besser wie lang die wimpern sind ich hole dich mal näher ran klar es ist natürlich jetzt schon ziemlich krass ich finde es sieht fast ich sehe mich sogar auf die entfernung die wimpern sind fast so lang wie bis zur augenbraue es sieht fast aus als wären es falsche aber ich schwöre dir das sind meine echten wimpern einfach nur durch dieses serum und natürlich jetzt auch durch die heftige mascara so trage ich das im alltag nicht also das wäre dann jetzt einfach mein abend look wenn ich ein bisschen krasseren look auf den augen haben will einen krassen augenaufschlag für die arbeit für den alltag finde ich das ein bisschen zu viel und ich habe sie jetzt übrigens nicht gehört auch nicht auch keine wimpernwelle jetzt drinnen dazu habe ich schon mal ein video gemacht übrigens eine coole sache werde ich jetzt zum nächsten mal wieder machen ich werde sie jetzt als erstes mal wieder schwarz färben was ich jetzt in der wachstumsphase nicht machen wollte weil dann wachsen wir so schnell raus und sind sie oben wieder blond und es sieht dann auch komisch aus jetzt färbe ich sie schwarz jetzt sind sie ja schon so lange die frage ist wie lang können sie überhaupt noch werden dass irgendwann ein ende da wahrscheinlich schon also ich werde euch auf jeden fall berichten jetzt färbe ich sie und dann mache ich mal wieder eine welle und wenn die dann schön eine welle haben dann sieht es natürlich noch geiler aus auch vor allen dingen dann ungeschminkt auch das ist ja mein ziel immer das ist möglichst auf natürliche weise und ungeschminkt auch schon nach viel und sehr sehr gut aussieht aber was ich sagen wollte ich habe jetzt keine wimpernwelle drauf und ich habe sie auch nicht gehört mit der wimpernzange oder dergleichen das ist jetzt ganz natürlich so wie es ist und ich denke da macht auch sehr viel die mascara aus dass sie so schön nach oben geschwungen sind und wenn du wissen willst wie ich meine augenbrauen gemacht habe dann schau in dieses video rein denn das ist eine mega geile technik die ich tagtäglich in meinem alltag jetzt so verwende und kann ich nur empfehlen dir das mal anzuschauen es geht so schnell und ich liebe sie sie ist es ja jetzt auch ich trage es jetzt auch in den videos immer so weil ich es einfach so schön finde hast du noch irgendwelche fragen zu dem serum zu der mascara oder zu den wimpern im allgemeinen hast du video wünsche themen die dich interessieren dann lass mich das alles in den kommentaren wissen und abonniere mich damit du kein neues video mehr verpasst vor allen dingen zum thema wimpern und augenbrauen kommt hier viel und dann bis zum nächsten mal